So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Syndicate. Wieder weiter mit den ganzen Gebieten. So, mal gucken, was wir hier jetzt freigestellt haben. Die Ecke hier. Aha, okay. Ja, wie gesagt, wir sind momentan ins Hausmarkt dran. Das möchte ich gerne erobern. Und dann fehlt hier oben nochmal eine Kinderbefreiung. Dann dürften wir es eigentlich schon sogar haben. Das machen wir nämlich als Nächstes. Die Kinderbefreiung. Wieder eine tolle Fabrik, die wir hier da haben, mit illegalen, mit der Kinderarbeit. Und die wollen wir halt, wie gesagt, heute ein bisschen. Und das wollen wir heute ein bisschen einlernen. Wir haben ja noch einmal den nächsten Treffenshausmarkt. Also, ja, es ist ein Level-5er-Gebiet. Ich weiß das auch, aber es ist halt einfach... Bleibt halt nichts anderes übrig. So, ich bräuchte mal irgendwie... Leute. Personal. Mal die Frage, was kriegen wir jetzt denn nicht? Oh je, das sind einige. Einige Leute hier, die hier rumstehen. Aber das kann ich nicht alles alleine machen. Das muss da irgendwie... Ah, scheiße. Das ist halt jetzt das Blöde. Naja. Mein Digger. Ah, scheiße, Mann. Hör mit dem Gejammer auf. Geht, Gott. gegen alarm gelockert das ist jetzt darfst du dich noch mal ja nein ich will keine gegnerin ich wollte die alarmglocke eigentlich sabotieren kriegte nicht da unter jetzt so eigentlich wollte ich die alarmglocke sabotieren und mit irgendwelche gegner seid wachsam ja adios zu den neuen kinder aber die eckern schon sauber wieder ja tragt doch selber so wir nehmen wir mal mit hier haben wir immer gebrauchen fahr weiter drücken ja gut ich weiß ich wollte eigentlich haben Ich muss hier labenglöckchen mal kurz Appetit Alles auf! So, jetzt kann ich die scheiße, äh, ich höre das Glocke mal sabotieren. Klicke mich doch am Arsch! So, und jetzt? Wo ist er? Ja! Kriege ich doch am Arsch! Den kriege ich schon noch da oben weg. Eigentlich was anders geplant, aber gut. So! So! Erstmal das erledigen hier! Wo steht der Vorarbeiter drin? Okay! Okay! Naja, deine scheiß Fabrik ist gar nicht zu! Die Frage ist, wieviel sind da noch ein Gegner drin? So! So! Dann werde ich halt auch mal nochmal schnell mit! Der Chess Vorarbeiter ist tot! Und dann sollte man rekenken! Na, ist noch nicht ganz! So, dann machen wir das auch! Kinder befreit! Alles gut! Und dann dürften da eigentlich nicht mehr so viele sein! Dann sind da unten noch welche! Und warum auch immer! Ich könnte die eben nicht befreien! Dann machen wir das auch! So! Okay! Auch diesen befreit! Und dann haben wir hier das nächste Gebiet frei! So! So! Ähm! Und dann fehlt es eigentlich nur noch die Sympathisanten-Aktivität! Okay! Da fehlt mir natürlich das Gebiet jetzt hier oben! Also ich weiß, wie es aussieht! Aber dann hätten wir das Haus fast komplett abgearbeitet! Dann fehlt es eigentlich nur noch! Ja! Dann gehe ich kurz zu dem Synchro-Punkt hier oben! Dann kann man gucken, wo der ist! Da oben! 300 Meter weg! Okay! Können wir schon hin! Ja! Bisher kommen wir, kommen wir gut durch! da war es mal so also da wir haben jetzt intensiv teilteile gebiete geholt wir haben jetzt die teilgebiete hier findest wir haben jetzt gleich sausmark weg wir sind aber dass noch geht das gebiet hier dann haben wir es ist fast komplett es wird nacht in london aber ich habe erst hier das letzte gebiet ich kann es oder mörder platz so dass wir mal diese helis geht schon mal mit sind wir fallen ohnehin hier fünfmal sechser polizei aber ich möchte eigentlich jetzt erstmal gerade kurz gucken was meine fähigkeit noch mal noch haben sondern immer dass hier den erst schlag wird level fünf damals doch so auch ich möchte wie gesagt jetzt erst mal wieder rüber oder komme ich da jetzt mit anzug die frage ist wie komme ich da jetzt hin wenn ich ungern jetzt unten rumlaufen würde aber das ist ja so ich jetzt und da durch zu gehen weil ich dann ungefähr weiß was auch im letzten gebiet uns erwartet hier ich gehe mal hoch hier braucht er nicht ich bin egal weg mir geht es eigentlich nur so dann hüpfen wir mal hier hoch so dann hüpfen wir mal hier hoch und dann synchronisieren hier das gebiet hier so was haben wir noch ach hier unten ist noch nicht der plage hat okay dann hätten wir das als letztes weg wäre das das letzte was wir noch was ist noch im ziel das ist halt der antritt hier und so aus wagen vor allem kann ich hier auch jetzt schnell reise habe ich ja schnell reise ziele ähm weil das ist immer gut so dann müssen wir diese mary mary platt oder so wie die heißt die olle da ja ziel und tüfe der wo sind die einer sollte da rein und misst du es warnt die frage ist die hier wo sind die hin da und müssen sie das ist das problem das ist das problem ja wie mache ich das jetzt am besten na klar es ist jetzt einfach das ist einfach zu warten ich hoffe dass sie jetzt irgendwann mal rein geht das gebiet wo sie einfach mal wartet das wird wahrscheinlich nicht einfach werden die zu holen das ist wirklich ich sehe das nicht nö da habe ich 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 das ne noch nicht die frage ist wie kommen wir da jetzt wie komme ich da jetzt rein oder wie komme ich da ran das ist aha aha ach das Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ach, gute Nacht. Ich muss mich nur ein bisschen jetzt durcharbeiten hier. Wo ist die Eule eigentlich hin? Daran. Oder? Das ist der andere Hansel hier. Der von dem anderen Level 7 ist er. Also, wie gesagt, da brauchen wir noch ein bisschen was. Uh, da ist sie. Gerade für uns ist das ein besonderes andere Gebiet. Weil wir verschwinden jetzt hier. Ja, es ist jetzt leider das Problem, dass wir tatsächlich nur hier weg müssen. Und dann war die Aufgabe dann doch nicht so schwer. Schade, dass wir die Aufgabe nicht, die Zusatzaufgabe nicht geschafft haben. Aber letztendlich ist es dann auch egal. Wir haben die Aufgabe gelöst, liebe Leute. Gut. Dann sind wir durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei SSS und die Geld. Nämlich am Mittwoch. Und dann versuchen wir noch ein bisschen Gebiet zu erobern. Bis dahin. Und auf Wiedersehen. So. Okay. Das nehmen wir noch mit. Gut. Jetzt muss ich feier. Wer raus. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.